Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video zeige ich euch Wolf, Ruhe, Sevitor. Wo ihr ihn findet, wo er sich befindet, wo man hin muss. Dafür geht man auf den Mond, Patrouille Mission. Ich mache da einen Übergangseffekt, dann geht es ein bisschen schneller. So, ich mache einen Booster ein, dann dauert es nicht ganz so lange. Ihr müsst hier an die Stelle, wo man das allererste Mal auf die Schar trifft und dann rechts hoch. Ist ein bisschen versteckt, aber ich zeige gleich, wo genau. Tja, und da wären wir Tempel von Kruta. Jetzt müsst ihr hier hoch. Da gibt es einen Weg hoch. Und da sieht man sie auch schon. Die Gegner. Und das da wäre der Sevitor, den muss man killen, wenn man das gemacht hat. Hat man es geschafft. Tja, so, Mission beendet. Und erledigt. Gut, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn das Video hilfreich war. So, und hier im Auto noch von der Königin alle Beutezüger und von den Gesuchten ebenfalls alle Beutezüger. Und rechts noch Let's Plays für alle, die sich für Let's Plays interessieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.